Koffi Stain Studios Powered by Unreal, Physics und Blablabla Ah, we are still move, jump, headbutt, rotate in air, mhmhmhmhm Und da ist auf der 1 Interessant auf jeden Fall schonmal Ach, guck mal Go Simulator Wie geht sowas denn? Ja, auf jeden Fall muss ich kurz was erzählen Bevor wir das jetzt spielen Ist ja eigentlich ziemlich untypisch Aber ich habe mir das Spiel schon ziemlich release nah gekauft kann man sagen Und es ging aber nicht Und letztens habe ich es dann zum Laufen bekommen Es tut es aber nicht so Sache Denn eigentlich wollte ich jetzt amnesia aufnehmen Aber ich kann machen was ich will Ich habe zur Zeit so ein Pech Egal was ich aufnehmen Es klappt einfach nichts Jetzt amnesia Speicherstand wieder alles gecrasht Es schmiert dauernd ab Kannst du vergessen Aber ich lasse mich nicht unterkriegen Dann gut Dann ist von mir aus Moment, müssen wir kurz ein bisschen Hier so ein bisschen leiser machen Dass ich nicht so übersteuere Da habe ich mir gedacht Gut Dann ist amnesia halt auch weg Aber ich lasse mich nicht unterkriegen Es geht immer weiter Es geht weiter Und wenn es Go Simulator ist Und ich habe jetzt alles hier schon vorbereitet Gehabt mit mit Webcam Und deswegen Kommt jetzt einfach mit Webcam Weil Ne, 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 ne So leicht lasse ich mich nicht unterkriegen, Freunde Nein, nein, nein Und wir pressen any key Und Playen einfach So, jetzt geht's los Ich habe gar keine Ahnung von dem Spiel Ich spiele Fittlichkeit ein bisschen weg Huiiii Wie kann ich jetzt Okay Aha Oh Moment mal Mit E lecken wir irgendwie man Nein Mit F ist Bro Ich will meine Mami Ich will meine Mami Zack Okay Also ich habe schon ein paar Videos gesehen Aber Zu wenige um alles zu Du hast die Schnurze was Ich habe keine Ahnung, ey Ah 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 steuere ich denn so er hat klappt ja gar nix warum zum teufel jetzt bin ich viel zu leise was jetzt heute ich krieg heute echt noch nen Anfall aber es geht weiter ist mir egal ich geb mich auf nicht so einfach ich finde das Spiel geil ich feiere solche Simulatoren jetzt übrigens auch ein paar kommt einfach nur weil ich habe auch mit dem Spaß macht ich liebte die Gäste also keine Ahnung ist es zu Zeit für die Gäste müssen man denn immer immer irgendwelche in der Story Gains oder Dings spielen oder 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 Ballerspieler die ganze Zeit damit man nur aggressiv also weil man halt nicht aggressiv wird durch die Ballerspiele sondern durch die Gegner und schütteln auch Peter Peter du bist Peter was machst du da ich will gleich weinen aber ich will einfach mal sagen bevor du dich selbst umbringst du bist Katsch Köln Köln und mann nicht gewünscht werden keine Musik müssen werden Köln und siegte er das ist besser da würde den Bieter das kann man hier machen übrigens keine Ahnung was man kann hier so viel machen eben es gibt es mit Fuß auf wenn man da hinten in die andere Stadt gehen sie sind dann wohl in der Nähe ich es klappt heute sage auch immer nichts die ziege auf dem kran es klappt einfach nicht ich will nicht mehr jetzt sind wir hier auf der brücke ich gehe mal tanken was soll es kommt michael bei ernsthaft so was mal auf alle jetzt achte mal hier es geht ja oma oder opa so bis auf ich komme zu red bull im shop wo ist es das klug ich bin fasziniert von dem spiel es klappt ja gar nicht hallo junge raus die tanke ist dicht gibt es bis 1 auf der netz ist man noch ein bisschen in die richtung lauft und macht alter kann ich das sei dass wir überschüssige energie haben schon heutzutage nicht so einfach als sie gehen wir gehen mal ein bisschen ins land hier auf die berge die feiern der junge siegen heutzutage das kann ja nicht sein so los was alter wir sind bis hin stark habe ich das gefühl hey hallo bist du meine freunde sabine also sowas also sabine wir haben spaß gemacht die ist voll am driften sabine 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 die 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 abtransolutide und esggak aber kann man auf jeden fall die sieben vollklingen und ich muss mich informieren was werden was es noch für sachen gibt weil man kann hier unglaublich viel machen dieses lied ist so fröhlich alter junge über 50 der war drüber auf die mit kommt jetzt streben ich möchte mal ich drüber und es ist nicht immer noch die tippt die tüten wenn die menü zum menü in den Platz 8 vor und zurück ja aber Ja, aber da kann ich doch nur vor und zurück, aber Aber nicht so voll vorne auf die Kufen Das wollte ich eigentlich Sabine Komm mit Hallo Sabine So Heul nicht rum Oh What Alter, blem mal am Boden Ja Oh Alter Da hat sich gleich mal weggezwirbelt Pass auf jetzt Oh, ist wirklich voll aufs Auto jumpen Heutzutage kann man auch nichts machen mehr, ne Es ist solche Ziegen Gibt es eigentlich gar nicht mehr so, ne Sich Ziegen, die wie diese hier, das ist ganz seltener Fall, da muss man ganz froh sein, wenn man eine trifft Und hier, guck mal, der Frank Und der Bockwurst Bunny Und das ist auch da, der lässt die Bockwurst ordentlich knacken, meine Freunde Danke ich muss sagen wir schwimmen mal rüber die 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 wir können alles wie können einfach alles biggest combo easy ich habe die mehr jetzt liegt immer nicht kommt kommt wir fahren bisschen macht mir Spaß zu da immer Sabine hat Spaß Sabine wie von Riesenroth damit Sabine so schön hey Peter was machst du ach ne Peter war ja doch das ist Peter im Jogginganzug klar der Joggt hier guck mal der macht es quietscht hier so warum komm hier sein Blatt diese Schwach hey kann ich auf die Yacht warum halten wir an sowas ist unfair die 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 Sabine wir fallen hallo kannst du mal runter jetzt frische luft ne wollte es ja nein tschüss Sabine viel Spaß noch ich denke an dich ach siehst du sie will trotzdem noch ne Runde ich hab's doch gewusst hallo 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 ich möchte hier gern so na kann ich los fahren kann ich jetzt alle dessen gehen würde kann ich alles hin geht jetzt war das Ding hier anlegen der Sauf um m wie kann man die Wände noch mal hoch ich weiß es nicht mehr es auf jeden Fall noch mal heute in der Folge ach komm in die Hüpfbrücke noch mal oh es läuft mir wieder die Nase Alter das ist ganz schlimm zur Zeit ich weiß gar nicht was los ist Sabine Sabine ich hab Spaß gemacht Sabine pass auf wenn ich dich kriege ich bin eine Ziege und jetzt mache ich gleich die Biege oh Sabine da geht die Post oder er geht die Post richtig ab Alter Sabine jetzt geht es echt los hier ab dafür so hey Thomas mein Bruder oh und Elisabeth hey Thomas komm Thomas komm mit wir gehen zusammen auf die Hüpfbrücke und haben Spaß alle oh jetzt gibt es hier Schaschlik also auf Hälfte komm wir haben Spaß noch mal Nulli Ui 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 das passt ja gar nicht guck mal wie die die ist irgendwie mir zu Gummi ich muss ja sagen hast du nix halbe so nix ganzes ah ja ja Sabine was mache ich mit dir so Sabine ich würde ich sag wie hast du eine Zwilling Schwester was machen die beiden ich lass mal Frank und Sabine zwei in Ruhe ich glaub die brauchen Zeit für sich ich sag pass auf ich würde sagen ja ich hab's geschafft das war die Nerschaffen zu Ende der Folge und würde sagen oh das ist das einfach mal gewesen sein soll für die erste Folge ähm oder wenn auf jeden Fall Peter Peter bist du sein Bruder da ist auch Peter weil die Mutter sehr einfallsreich war und mir die Augentränen nimmt zu lauter Rührung ne natürlich weil ich keine Ahnung irgendwie ich bin alle allergisch gegen irgendwas ich weiß aber nicht was zurzeit wie er rumfliegt äh auf jeden Fall möchte ich mir jetzt die Nase putzen und dann sehen wir uns in der zweiten Folge wieder bis dahin haut rein und ciao